Ich grüße euch ganz herzlich zurück bei Elden Ring. Wir wollen heute mal in dieses Siegelgefängnis gehen und ich habe per Zufall gelesen, dass man in Elden Ring wohl anscheinend auch Power Stancen kann, wie in Dark Souls 2. Und das habe ich damals sehr genossen, deswegen will ich das mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe hier deswegen den Jamshir, den hatten wir ja schon aufgewertet, ausgerüstet, plus ein Krummsäbel, den habe ich ja auch auf plus 3 aufgestuft. Und wie das Ganze funktioniert ist, man muss einfach nur den rechten Angriffsknopf drücken. Man hat dafür nicht wirklich einen starken Angriff. Also mit dem rechten mache ich nur mit dem einen Schwert und mit dem linken mache ich mit beiden. Ich habe noch einen Spezialmove, der braucht aber ein bisschen FP. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der ist. Von dem her, ich denke, wir gucken mal rein. Ich weiß nicht, ob das, wie gut wir hier klarkommen. Wenn es zu schwer ist, beziehungsweise wenn wir merken, wir machen keinen Schaden oder werden gewoneshottet, dann gehen wir einfach wieder. Und ansonsten, schauen wir mal. Karianische Ritterballs. Okay. Ne, der müsste eigentlich unmachbar sein. Haben wir ja schon mal so einen Besieg, ne? Mach gut Schaden. Wir haben jetzt natürlich nicht mehr unseren Ausdauerschild auf dem Rücken. Das könnte unter Umständen ein Problem werden. Okay, da hat er uns gegeben. Aber ich glaube, der ist ganz gut machbar. Große Gegner. Ups. Jetzt ist mir gerade der Controller ein bisschen aus der Hand gerutscht. Große Gegner sind ja meistens nicht so ein Problem, ne? Ich habe übrigens auch in einer vorherigen Folge, also viel vorher, ne? Irgendwie wir reden, was weiß ich, irgendwie 23, 24 oder so. Da haben wir mit der Frau gesprochen, die uns umarmt hat in der Tafelrundfeste. Und die hieß Fia. Ich frage mich jetzt, ob das dieselbe Fia ist, von der auch im Intro gesprochen wird. Also Fia, die Todesbett-Kompanionen. Aber ich dachte eigentlich, ich hätte vermutet, dass es alles Bosse sind. Das heißt, entweder stimmt das nicht, es sind nicht alles Bosse. Oder Fia wird uns übelst... Au. Oh, da hat der gesessen. Oder Fia wird uns noch übel mitspielen. Wer weiß. Okay. Das war nicht sonderlich bedrohlich. So, jetzt können wir ein bisschen reinhauen. Oh, das macht gut. Autsch. Macht gut schon. Aber wir sind immer noch ein bisschen in Two-Shot-Range. So, ich mache mal den Spezialangriff gleich. Wenn ich dazu komme. Au. Das Timing nicht so drin. Ach, Mist. Und wieder tot. Zu greedy. Das Two-Shot-Ding ist immer noch der Fall. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr AP. Nein, für den sicher nicht. Aber halt so generell, ne? Ich will irgendwann auch nochmal zurückgehen ins Grab eines Randvolkshelden. Denn, ähm... Ja, da wurde mir auch von einem guten Oliver in den Kommentaren mitgeteilt, dass ich da noch nicht alles gesehen habe. Es gibt auch auf der Boss-Liste, glaube ich, wenn ich das so richtig im Kopf habe, dann noch einen Boss. Ähm... Aber dann muss ich erst off-screen mal ein bisschen suchen, um zu sehen, wo wir denn... Wo es denn überhaupt noch weitergeht. Okay. Der Move ist mir immer ein bisschen suspekt. Aber das war gut. Oder nicht? So, jetzt machen wir den Spezial. Der macht nicht wirklich viel mehr Scham. Autsch. Oh, viel zu früh. Okay, ich unterschätze den Jungen ein bisschen, ne? Das... Das Timing ist nicht ganz trivial. Und er tuschert mich hier regelmäßig. Gut, ich bin jetzt auch noch nicht so super, ähm... Konzentriert. Ist die erste Folge dieser Aufnahmesession, von dem her... Man möge mir... Mein miserables Gameplay hoffentlich verzeihen. Auf geht's. Siegelgefängnis des Kuckucks. Ich hätte so irgendein Zauberhaini erwartet. Gut, ich meine, er hat ein paar Zauber. Aber es ist nicht... Ne? Nicht ein typischer Zauberer. Kann man es mal so... Ach, Mist. Ich bin zu greedy auch. Ich will den... Zauber runterspielen. Wir haben auch mit dem blöden Gestampfe. Na, was machen wir? Falsches Timing. Das hat eine... Ziemliche Schockwelle. Schon wieder tot. Wow. Okay. Balls? Der... Der kann was. Ich weiß nicht, warum das... Manchmal habe ich das Gefühl... Ich... Ähm... Mein Skill... Geht eher rückwärts. Als vorwärts. Aber ja. Es sind vielleicht auch die neuen Waffen. Nein. Ich suche jetzt gerade Ausreden. Das ist einfach nur... Keine Ahnung. Sollte kein Problem sein. Hätte eigentlich ein First Strike werden müssen. Meiner Meinung nach. Aber ja gut. Es ist wie es ist. Oh, der ist... Der geht so schnell. Diesmal nicht. Oder doch? Ah, ich muss mich heilen. Der macht... Ich bin dann zu greedy. Ich denke mir, okay. Einen Hate halte ich noch aus. Aber nee. Gewisse Angriffe... Ziehen mir... Ich weiß nicht. Drei Viertel Leben ab. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber Dual Wilding ist geil. Ich weiß nicht, ob das die Waffen sind, die ich Dual Wilden möchte. Ich hätte eigentlich lieber... Ein Katana. Oder zwei Katanas. Wie in Dark Souls 2. Aber wir haben nur einen Uchi. Aktuell. Ah, dammit. Zu greedy. Einmal zuhauen. Okay. Autsch. Wann machen wir? Okay. Diesmal hat das Timing gestimmt. Ah. Kann es sein, dass ich teilweise keine Ausdauer mehr habe? Ich muss mal darauf gucken. Okay. Das war mies. Jetzt fängt er an zu zaubern. Einmal zuhauen. Ja, keine Ausdauer. Okay. Das Schild macht eine Menge aus. Au. Zu früh. Vielleicht ist er schneller geworden. Oh. Jetzt fängt er an zu zaubern. Ich weiß nicht, wann die anderen kommen jetzt. Okay. Okay. Keine Ausdauer mehr. Letzte Heilung. Autsch. Machen wir das Spezial-Ding. Hat mich gerettet. Keine Ausdauer. Wir haben ihn. Uhuhu. Wieder mal auf den letzten Drücker. Großschwertverlangs. Okay. Ich denke mal, wir werden rausgeportet. Gut, gut. Dann haben wir den. Ging ja jetzt... Eigentlich doch ganz schnell, oder? Großschwertverlangs. Das wird hier irgendwie sowas sein. Zauber. Eine Zauberei der Königin Familie von Caria. Er schafft einen Bogen aus großen magischen Schimmerklingen über den Zaubernden, die automatisch gegen eine Nähe angreifen. Diese Zauberei stammt von den verzaubernden Trollrittern. Die Trollritter waren Gefährten der jungen Renala und hatten geschworen, ihr ewig zu dienen. Okay. Haben wir Renala angetroffen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, hier geht es weiter. Hier finden wir den Schlüssel, weil die Gnade hierhin zeigt. Ich möchte aber erstmal auf der rechten Seite noch ein bisschen weitermachen. Und, äh, ja. Da mal schauen, ob wir da noch ein bisschen was finden können. Gibt es auch noch einiges zu entdecken. So, und zwar... Können wir hier die Klippen abbreiten, oder? Also, es macht sich schon sehr bemerkbar, dass wir jetzt, äh, halt den Schild nicht mehr haben, ne? Äh, haben wir dieses Lager schon gecleared? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Oder? Ich glaube, das wüsste ich. Äh, ein bisschen mehr Damage haben wir schon. Also, es macht gut schauen. Das Dual-Wielding. Und es ist auch ein geiles Moveset irgendwie. Reichweite ist ein bisschen... Äh... Oh, vielleicht können wir nicht backstammen. Das ist, äh... Vielleicht muss ich backstammen mit. Vielleicht sollte ich das auch nicht gegen den ausprobieren. Oder doch? Okay, dann kann ich eine volle Combo durchziehen. Ich glaube, in diesem Lager waren wir nicht, weil sonst würde hier kein Loot dann... ...da liegen. Feuermönigstolpen. Uh, ich wette, die haben Feuerresistenz. Äh, 3-3. Sie sind ganz gut. Bisschen schwerer. Was haben wir? 2-4. Wir wären noch bei mittlerer Last. Das ist jetzt die Frage. Sind... Was ist die gesamte... Gesamte Gewicht von denen? 3,5. Ich denke mal, wir sind ziemlich weiter... ...nach unten gekommen. Mit dem Waffenwechsel. Weil wir jetzt auch den Schild nicht... Äh... ...gerade mit dem Start drin haben. Hm. Deswegen... Ich denke, wir sollten uns... ...die anziehen. Ne? Wir gucken mal. Feuerschaden... Äh, Feuerresistenz 2. Stulten der Verbandenritter. Die haben vorher 5,8. Die haben fast... Die haben gleich viel wie die anderen. Sie waren nur auf 3,9. Ich denke mal, das sind ganz gute... Sind ganz... Sind ganz gute Stulten. Nehmen wir. Hat sich gelohnt. Flamme, heile mich. Das ist eine... Hier irgendwas. Pyromantie. Lindert die Belastung durch Gift und Scharlachfäule... ...und heilt diese Effekte. Braucht aber 12 Glaube. Ist eher nichts für uns. Ha. Sowas wäre halt eigentlich schon cool... ...wenn wir irgendwie unsere Waffe verzaubern könnten. Aber 13 Glaube und 13 Weisheit zu skillen... ...will ich dafür ehrlich gesagt nicht. Am Ende ist es Rotz. Dann... Ja, ne? Bin ich... Bin ich traurig. Feuerresistenz. Das können wir verwenden. Die Resistenzen können wir verwenden. Naja. Vielleicht finden wir später noch irgendwie... ...was anderes. Feuerüberzug für die Waffe zum Beispiel. Hier ist auch nochmal einer. Aber hat nur Schmetterlinge. Wobei 8 Stück sind hier so wenig. Die brauchen wir, glaube ich... ...um Braunbomben herzustellen. Gucken wir uns... ...hier hinten noch... ...kurz oben. Können wir in die Zelte rein. Wir können hier rein. Da ist aber nichts. Guck mal hier. Das Ding ist so... ...abgeschirmt. Da müsste eigentlich was drin sein. Aber... ...nope. Dann können wir noch auf den... Ich weiß nicht. Ist das ein... Ist das ein Obelisk? Wie nennt man diese Dinge? Nicht wirklich, oder? Oh. Was soll ist das da? Kommen wir das bekannt vor? Ich glaube, wir hatten so ein Ding schon mal. Da war doch einer hier hinten drin, oder? Ich glaube, da war hier hinten einer drin. Au. So. Hält ein bisschen was aus. Ja. Ja. Die Armstacheregeneration ist... ...schon sehr stark verlangsamt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber der Typ ist tot. Drei Feuerblüten. Okay. Der Obelisk, oder was... ...sagen wir mal das ist, ist... ...sagen wir mal kurz gucken... ...wo wir auf der Map denn gerade sind. Weil das ist eigentlich eher... ...Süden. Wir wollen tendenziell eher nach Norden. Beziehungsweise, ich möchte hier die Clip-Maps suchen. Erstmal. Die Waffen sind cool. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist natürlich... ...die... ...Ausdauerregeneration. Was wir eventuell machen könnten ist... Ich weiß nicht, ob wir dieses Ding hier noch brauchen gerade. Ob wir das austauschen könnten durch... ...nehm, nicht maximale Ausdauer. Das Ding hier. Ne, da sind wir bei großer Last. Geht nicht. Havels Ring muss dranbleiben. Vielleicht kriegen wir später noch einen zusätzlichen Slot. Weiß man ja nicht. Ich fühle mich generell... Also das Campen mit den Krummschwertern fühlt sich besser an als mit dem Speer. Schon alleine deswegen, weil ich halt... ...auch niedrige Gegner wie Wölfe und so ein Zeug treffe. Was soll er, was ist das hier unten? Da hat irgendwas geglitzert. Okay, ich glaube, das ist nur Gift. Das ist Rhea Lucaria. Ne. Doch. Ist Rhea Lucaria. Wie gesagt, ich glaube, hier oben wird es weitergehen. Deswegen machen wir jetzt erstmal die rechte Seite noch weg. Das hier könnte eine Höhle sein. Oder... ...sieht auch interessant aus. Sturmwind. Sturmwind. Hoch hier. Ich weiß nicht. Ich sehe für mich immer noch eher wie ein Ochse aus, wie ein Pferd aus. Ein Pferd hat ja keine Hörner. Ne? Aber... Vielleicht ist Sturmwind ein... ...spezielles Spektralroß. Und die haben Hörner. Keine Ahnung. Es wundert mich, dass es... ...nicht irgendwie einen In-Game-Shop gibt, um andere Skins für das Ding zu kaufen. Ehrliche Sache. Ich habe das Gefühl, damit könnten die Entwickler Geld machen. Das wundert mich, dass diese... ...normalerweise... ...sind die... ...Publisher da relativ greedy bei sowas. Aber vielleicht hat Fromsoft gesagt, nope, nicht mit uns. So, dann... Okay, wir haben zwei Pfade. Ich denke mal, wir gucken uns erst mal das hier oben an. Wow. Wo ist der? Ah, und tote Metzeln. Yes. So, der ist auch platt. Okay, die nehmen alle gut Schaden. Da oben aber nur Mist. Gehen wir hier hoch. Da ist so eine Art... Ich weiß nicht, ist das eine Kapelle? Das sieht wieder nach... ...ner Kirche aus. Na, das von... ...was von einer Kirche übrig geblieben ist. Eine Neugnade. Gehen wir kurz rein. Ich denke mal, wir werden gleich... ...hier angezeigt bekommen, wie dieses Ding heißt. Kirche der Gelübde. Okay. Was für ein Gelübde können wir hier ablegen? Wer zu erlebst du? Das ist eine Schildkröte. Wow. Eine... ...so wie es aussieht, sehr religiöse Schildkröte. Ähm. Was ist das hier? Büßen. Okay. Darf ich an die Kiste? Wir reden erstmal mit der Schildkröte, damit wir wissen... ...was es mit dieser Kirche auf sich hat. Ich weiß es nicht. Well, das ist eine Schildkröte. Aber wer kann dich schuldigen? Die Schildkröte hat uns... ...all von uns... ...zauber etwas sehr lieb. Es ist hier... ...at der Kirche von Vau... ...dass die großen Häusen des Erdträns und der Mond... ...dass die Matrimonial-Bond... ...dass die Radekern... ...und die Rinala von der Vollmond. Rinala schon wieder. Also, unsere Kirche hält in Vau... ...die Monumenten von beiden Häusen. Der Erdträne des Kapitels... ...und die Akademie von Rhea Lucaria. Ist... ...ich dachte... ...Rhea Lucaria wäre die Hauptstadt. Aber der Erdbaum ist ja... ...ich glaube wahrscheinlich hier in der Mitte. Oder war das hier die Hauptstadt? Ha. Okay, dann ist Rinala aus Rhea Lucaria... ...und der andere Knilch... ...irgendwo aus der Hauptstadt. So interpretiere ich das. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide... ...only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use... ...you are free to take it with you. Unless perhaps... ...you are in search of instruction... ...in which case I will share all that I know. Ja, warum nicht? Miriel, Kantor der Gelübde... ...Zauberei studieren, Anrufung... ...studieren, ein Gebetsbuch überreichen... ...Himmelstar zeigen, über Radagon. Lassen Sie erstmal über Radagon etwas erfahren. Ich wünschte noch mehr über Lord Radagon. Lord Radagon war ein großer Champion... ...possessant von flüssigen Redlocken. Er kam zu diesen Landen... ...at der Kopf eines großen goldenen Hosts. ...when er met Lady Rinala in battle. Er soon repented his territorial aggressions there... ...and became husband to the Carian Queen. However, when Godfrey, first Elden Lord... ...was hounded from the Lands Between... ...Radagon left Rinala to return to the Ertree Capital... ...becoming Queen Marika's second husband and king consort... ...taking the title of second Elden Lord. Oh. Das ist interessant. Okay, jetzt können wir was über Rinala erfahren. Ha. Das sind wohl zwei sehr wichtige Figuren. Wenn der der zweite Eldenfürst nach Godfrey war... ...und sich dann mit Marika vermählt hat. Oh, lass mich raten, das wird ein Boss sein. Die, äh... ...wird... ...liebes... ...die... ...der Herz wurde... ...deren Herz wurde durch die Liebe zerrissen... ...und jetzt, ähm... ...schwillt sie in... ...Rache... ...und Sehnsucht gleichzeitig. Irgend sowas. Und, äh... ...ich vermute mal... ...die wird nicht so gut zu sprechen sein. Es hört sich so an, als hätte die nicht... ...mit, äh... ...ja, dem Typen abgeschlossen. In the end, Lady Rinala was left alone... ...cradling the amber egg... ...Lord Radican bequeathed her. Now she devotes herself to it... ...through forbidden right. Naa... ...the grim art of reincarnation. You would do well to remember... ...severing a vow... ...strongest of bonds... ...has consequences... ...ever more dire. Okay, wir können auch noch mehr... ...über Radagon erfahren. Okay, du hast noch mehr. ...harbored a secret. A famed sculptor... ...when he glimst the skeleton... ...in Radicans closet. And as such... ...it's said... ...the great statue... ...harbored his secret. Äh... ...interessant, dass wir das... ...dass... ...die Option jetzt nicht weggeht. Was ja bei Rinala der Fall war. Äh... ...das heißt vielleicht... ...dass das, was er jetzt hier sagt... ...under Umständen... ...für später nochmal wichtig ist. Wir versuchen uns das ein bisschen... ...im Hinterkopf zu behalten. Himmel... Ich glaube, wir haben zwei. ...dass ich euch... ...denn... ...kir... ...denn... ...miracle... ...of... ...this Church of Vows. Radagon... ...winteressant... ...hersel... ...with... ...celestial Due... ...repentant... ...his territorial... ...aggressions... ...und... ...swore... ...his... ...love... Okay, das hört sich, äh, alles... Okay, jetzt gibt's neue Dialogoptionen. Schauen wir mal, was er über Wunder zu sagen hat. Äh, ist das demnach für PvP-Zeug? My faith does not waver. The miracle rooted in these grounds will once again mend the world. And this time, its bounty will not be squandered. If you would be Elden Lord darnished, I hope that you too will share my faith. Ich find's so niedlich, wie er da mit seiner Bischofsmütze, äh, da sitzt. Haben wir ein Gebetsbuch für ihn? Ich weiß nicht, können wir das... Wollen wir das? Schauen wir erstmal, was er hat. Kunst des Segens. Gewährt euch und verbündet in der Nähe ein Segen. Äh, eine der Ur-Aufruf-Anrufungen des Erdenbaums. Gewährt dem Zaubernden sein Verbündender in der Nähe mit einem Segen, der langsam ihre LP regeneriert. Halten, um weiter zu beten und die Aktivierung zu verzögern. Einst fielen die Segen wie Tränen von den Ästen des Erdenbaums. Diese Anrufung ist nur ein schwindender Rest ihrer Macht. Okay, 4000. Was hat er sonst noch? Uh. Erzeugt ein Siegel, das nach kurzer Verzögerung eine Schimmerklinge erscheinen lässt. Anni, das ist nicht, ähm, sowas wie... Wir können unsere Waffe in Magie tauchen. Er schafft ein Siegel über dem Zaubernden, außer dem sich nach kurzer Pause... ...eine Schimmerklinge bildet. Die Gegner verfolgt. Diese Zauberei kann in Bewegung gewirkt werden und durch Aufladen verlängert ihr die Pause. Dies ist angeblich der Prototyp der Schwertverlangs-Zaubereien, mit denen die verzaubernden königlichen Ritter in den Kampf ziehen. Dann haben wir das hier noch. Carrier-Großschwert. Führt einen auslandenden Hieb mit einem magischen Großschwert aus. Wird wahrscheinlich unglaublich viel Damage machen. Er braucht 24 Weisheit. Er schafft ein magisches Großschwert und schlagt mit diesem auslandenden Schwung zu. Dieses Schwert kann wiederholt gewirkt werden. Bewaffnet mit dieser Zauberei wären Zauberer fast so stark wie Ritter und schwören gleichzeitig dem Mond ihre Treue. Okay, ich denke, wir kaufen uns dieses Ding mal, weil wir haben gerade ein bisschen Runen übrig. Und die kaufen wir uns dann später noch. Ich weiß nicht, ob ich ihm das Gebetsbuch geben möchte, denn vielleicht können wir es auch... So, was haben wir hier? Goldene Nähnadel und goldene Schneiderei-Werkzeug. Äh, Moment mal. Nähnadel war doch für... Hier, Bock der Näher. Vielleicht können wir die dem geben. Passiert hier was? Ihr braucht keine Absolution. Okay. Das ist nur, wenn wir... Wahrscheinlich, wenn wir irgendwelche NPCs töten oder so. Oder andere Spieler. Denke ich mal. Aber gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Break. Ich denke aber, in der nächsten Episode werden wir mal nochmal mit Bock sprechen. Wegen dem Nähzeug. Und ich will auch nochmal in die Tafelrundfesse gehen, um zu sehen, ob ich da das Buch jemandem geben kann. Und ansonsten werden wir es der Schildkröte überlassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und auf geht's.